Für einen hürdevollen Abschluss habe ich mir gedacht, könnte ich eine Frankfurkisch. Wie ist denn den Umstand, die für musikalische Verzwecke geeignet sind, das F? Für das R würde ich das Re nehmen und für das A würde ich das A. Untertitelung des ZDF, 2020 und für das A. Untertitelung des ZDF, 2020